hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft und zwar haben wir das letzte mal sind wir in diese höhle hier gegangen sind wir da vorne gespawnt in diesem riesigen geberge getönes und bevor ich jetzt irgendwas anderes macht schreibe ich mir die koordinaten auf und da wo wir jetzt gott sind 1970 und 58 damit wir auch wieder zurückfinden ich schreibe mir immer die koordinaten auf euch auf meine singleplayer wird gemacht und habe ich jetzt auch angefangen minecraft 3 so zu machen und wir haben uns das letzte mal runter gegraben aber ich will jetzt ehrlich gesagt will ich mich noch mal ein bisschen umschauen weil ich würde ganz ich würde ziemlich gerne villager da auf finden wo wir vielleicht karotten und weizen und sowas herkriegen damit wir vielleicht gleich unser eigenes feld anbauen können und damit wir diese kühe da runterlaufen können also hier ist hier anscheinend nichts ich baue nicht hier aus dem turm tun das ist dann so noch alten holzturm oder so ein ei ist auch noch ein ei auf jeden fall werde ich versuchen irgendwie so eine art stadt zu bauen weil ich will ich werde der minecraft 3 meine kirche bauen und ehrlich gesagt ich würde hier auch gern irgendwie sowas bauen und ich würde gern so farmen bauen wir jetzt eine als ein golem farm oder so aber die irgendwie tarnen als gebäude das ist nicht das ist das auch nicht dann schaue ich noch mal in die richtung ansonsten werden wir vielleicht irgendwann in den nächsten folgen mal eine erkundung zu machen wo wir einfach irgend so eine richtung laufen ich finde es schon geil hier mit den bergen ist schon echt nice ich weiß nicht ich habe jetzt die letzte folge noch gerade eben noch mal angeschaut also ich nehme es ja gleich im anschluss auf ich werde jetzt gleich mehrere folgen davon aufnehmen und ich habe und ich habe was also wegen der musik es war mir zu laut es war mir ein bisschen zu laut dann habe ich sie wieder leiser gestellt dann habe ich mir die folge noch mal angeschaut dann habe ich mir aber gedacht irgendwie passt es doch mit der musik jetzt habe ich sie wieder lauter gestellt ich weiß jetzt nicht ob die noch leiser ist als letztes mal oder genauso laut naja ihr könnt ihr mal gerne in die kommentare schreiben weil das ist wie ihr das lautstärke von der musik findet irgendwie habe ich das gefühl es gibt hier genug hühnchen dass wir alle töten können okay das ist eine kleine okay das war schlau ich sollte nicht ganz so hopsen hm ich schau mal kurz hier ist mal auf 28 setzen damit wir ein bisschen mehr sehen ist halt nur so dass ich auf minecraft free server nicht das einstellen kann weil es sonst leckt so rum okay okay das hinten ist nur ein hügel okay 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 dann äh schau ich mal wieder nach hause zurück in unsere oh das war knapp ich höre fast okay jetzt hat es geleckt ich hoffe das passt alles mit der aufnahme wenn es jetzt weiter so ruckelt so ruckelt dann stelle ich sie ohne ach es kann sein dass es kurz geleckt hat weil es da hinten alles geladen hat da haben wir einen sumpf das ist gut da finden wir nämlich slimes und slimes brauchen wir für sticky pistons und sticky pistons brauche ich um automatische farmen zu bauen weshalb ich finde sticky pistons auf auf deutsch hat sich so blöd an klebrige kolben äh ich habe übrigens alles hier auf deutsch okay hat er irgendwie immer wenn ich auf den boden schaue alter was hat er denn jetzt ich hätte die äh nicht das süß auspack die ding wieder runter stellen auf also entweder ist jetzt mein computer der so rum ruckelt oder es liegt nur im spiel ich weiß es nicht mein computer macht ganz eigenartige geräusche alter okay irgendwie 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 ist es da ist unser hast irgendwie ruckelt es doch oder oder sieht es jetzt nur aus so aus als wird es ruckeln aber irgendwie kommt es dir schon so vor als wird es die ganze zeit rum ruckeln dann baue ich mich hier mal ich baue mir jetzt mal eine axt und da völlig normal bäume und dann kann ich mir auch gleich eine school bauen wo ich meinen ganzen scheiß reinschmeiß den ich nicht brauche ich denke mal dahinten brennt ein zombie wegen der lava weil die so hell ist und ich nicht gewohnt bin dass ich lava dann hier ist unser hase noch da oh er ist erwachsen geworden ich lasse ihn rauskommen er sitzt sehr erwachsen er ist alt genug um außer er ist zu blöd um gehört dann nicht vielleicht ist das einfach ein geistig behinderte Hase dann sollten wir umso mehr auf ihn aufpassen dann fällt ich mir so ein baum ab dreimal auf holz geklopft vielleicht mache ich es auch so dass ich versuche hier alle erfolge zu schaffen erfolge in gibt es hier noch mehr hier gab es doch eigentlich noch mehr oder oder gab es den 1 8 nur zu wenig nee eigentlich müsste doch hier noch das mit dem Nether kommen und so ja ich hab ach weil ich die werkbank vor dem Ding bevor ich holz abgebaut hä wieso ich hab doch schon holz abgebaut da hab ich kurz mein spiel minimiert ähm ich hab doch ok ok nein ich musste erst mein weil ich danach erst mein Inventar geöffnet hab hat es nicht gezählt dass ich schon Holz abgebaut hab und deshalb hat es nicht gezählt dass ich mir ein Holzschwert gecrafted hab werden wir vielleicht alles noch machen mal schauen jetzt so 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 die stelle ich gleich mal ähm ich steh mal da oben drauf so das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht die Schneewelle brauchen wir nicht das Essen brauchen wir das brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht die Eier behalte ich mal kurz so ähm jetzt nehm mal ein Stack Bruchsteine mit und nicht nochmal ein bisschen Holz mit weil wir uns jetzt gleich nach unten begeben werden und ich dann ähm schauen werde äh es wäre halt dann blöd wenn ich unten wäre und ich bräuchte dann Zeug also Spitzhacken oder eine Werkbank oder sonst irgendwas das und das wäre dann blöd wenn ich kein Holz dabei hätte so da wer da werfe ich jetzt mal die ganzen Eier ran so hier kriegen wir gut anscheinend können wir Hühnchen in Blöcke reinschießen jetzt kommen cool ähm geh nein ich wollte das Fleisch noch mitnehmen so dann geh ich jetzt runter und dann schauen wir mal was unten so ist finden wir irgendwas interessantes und ich find's irgendwie blöd dass wir immer wenn wir so runterlaufen unseren Kopf gegen die Wand schlagen ich weiß nicht das muss doch voll weh tun und oh nein das war's falsch das wollte ich eigentlich nicht ich wollte das hier machen äh ok höher 30 das gute ist in diesem in diesem in diesem Biom wenn wir hier einen Slime Junk haben weil die spawnen auf einer Höhe von 20 bis 40 oder ich weiß schon gar nicht mehr irgendwie sowas war das ich glaub bis zu 40 Blöcke ähm ok dann nur Gold das wär aber schon wenn wir zuerst Eisen bekommen würden ich hab keine Fackeln dabei ich lauf nochmal schon hoch ähm eigentlich kann ich mal wenn ich hoch lauf gleich die Dinger hier weg machen ähm genau 20 bis 40 die Höhe hier ein Zombie boah der ist aber echt laut oh wir sind Level 10 cool oder ist der mehr auf der Seite Ehrlich gesagt, kommt ein bisschen vor, der ist sogar eher hier. Komm, mach nochmal deine Geräusche. Das war schlau. Hey, jetzt ist es auf einmal ruhig. Ach, eigentlich bauen wir jetzt gar nicht mehr hoch, wegen fucken wir mehr hier Kohle. Muss doch irgendwo eine Höhle sein. So nach oben. Nein, da ist auch nichts. Vielleicht hier. Da ist Eisen, cool. Dann haben wir schon mal unser erstes Eisen. Das ist nicht schlecht. Aber das können wir auch gut gebrauchen. Vor allem bin ich ja extra runter, wegen Eisen. Wie haben wir denn? Fünf. Könnten wir uns eine Spitzsacke und ein Schwert machen. Ist hier irgendwo der Zombie? Dann greife ich mal hier noch runter. Mann, irgendwo hier war der doch. Das gibt's doch nicht. Hm. Da haben wir extra unsere Schaufel für. Ich würde ehrlich gesagt gerne in der Höhle finden. Gut, gehen wir mal weiter runter. Ich kann jetzt hier Fackeln machen fürs Erste. Ich kann ja hier noch ein bisschen Kohle abbauen. Dann können wir später noch weitere Fackeln machen, wenn wir brauchen. Ich kann jetzt mal entscheiden, ob es Laute von sich gibt oder nicht. Ist hier was? Nee. Was ist denn das? Alter, das... Das kommt mir echt hier so vor. Das wird auf jeden Fall lauter. Da haben wir gerade ein Eisen gefunden. Da ist eine Höhle. Da kommt nicht gleich ein Creeper angeschissen. Gut. Da ist der nächste Zombie. Hey. Nice, gut. Da ist Eisen, das ist sehr schön. Das ist super. Dann kann ich auf jeden Fall... Da nehme ich jetzt auf jeden Fall das ganze Eisen mit. Dann schauen wir mal. Ich will eigentlich gerne so schnell wie möglich auf Full Iron kommen. Das Lava. Das ist schön, dass da Lava ist. Aber ich mag die Lava nicht. So. Hier noch. Und hier noch. Was ist mit meinem Computer los? Echt? Die tut die ganze Zeit rum, als würde ich ja gleich abkacken. Das wäre jetzt das Schlimmste auf der Welt, dass ich jetzt die Minecraft aufnehme. Das ist nicht schön. Ich muss mal ab und zu schauen, ob Laptics geschrieben hat auf WhatsApp, weil ich eigentlich noch Minecraft Free aufnehmen wollte. Er aber noch in der Schule war oder ist. Ich weiß nicht, ob er immer noch ist. Ach, gut, jetzt haben wir den Erfolg auch. Cool. Und deshalb, ich habe ihm geschrieben, wann er den Server starten kann. Deshalb muss ich mal schauen, ob er mir zurückgeschrieben hat. Weil ich würde dann gerne heute noch Minecraft Free aufnehmen, ansonsten. Ich glaube, eine Minecraft Free Folge habe ich noch. In petto. Deshalb. Ansonsten, ich kann auch noch nächste Woche aufnehmen. Nächste Woche beginnt halt schon wieder Schule. Ich weiß nicht, naja. Ich komme jetzt... ... während der Schule dazu aufzunehmen. Eigentlich wollte ich so viel vorproduzieren, aber... ...hat jetzt irgendwie doch nicht so gut geklappt. Ich glaube, ich fühle das hier schon zu Ende, oder? Und wieso? Wieso kommt keine Musik mehr? Kurzer Cut. So, da bin ich wieder. Musik hat gestoppt, weil ich durch war mit der Playlist. Und ich ausgeschaltet habe, dass die Playlist immer von selbst wiederholen soll. Deshalb. Hä? Ach, ich habe die Axt. Ich tat schon, hä? Was ist denn los? Wieso kann ich auf einmal nicht mehr abbauen? Ich nehme die Kohle mal mit, weil wegen Fackeln. So, ich nehme aber nicht alles mit. Das wird zu lange dauern, das ganze Erzding da abzubauen. So, dann. Will ich sogar sagen, wir schauen gleich mal wieder zurück. Ich weiß nicht. Nee, ich gehe jetzt, glaube ich, nicht nach oben. Ich habe meine Workbench nicht mitgenommen. Ich nehme die mit, weil ich habe zu wenig Holz. Irgendwie kommt mir die Musik so übertrieben laut vor. Weil ich habe zu wenig Holz, um mir jetzt nochmal eine neue Workbench zu craften. Dann habe ich kein Holz mehr für Spitzhacken oder für... Für, ähm... Für Fackeln. Deshalb will ich die Workbench eigentlich wieder mitnehmen. Und wir müssen uns... Ich habe ja eine Axt, das heißt, es geht schnell, sie abzubauen. Wo ist sie denn? Da ist sie ja. Oh, da haben wir sie. Gut, sorry. Dann kann man jetzt wieder zurück. Beziehungsweise ich... Grab mich dann gleich weiter runter. Aber ich werde hier irgendwo dann meinen Ofen aufstellen, wo ich dann... Gleich den ganzen Scheiß braten werde. Da will ich zumachen, dass hier nichts rausgeschwänzelt kommt. Da liegt noch Kohle. Jetzt ist die Kohle weg. Cool. Dann, äh... Werde ich hier mein Ding hinstellen. Und da werde ich hier... meinen Ofen draufstellen. Und dann werde ich das hier schon mal abgraten. So. Und dann... Hab ich... Doch, ich hab noch Holzfestix. Hab ich ja extra aufgehoben. Irgendwie hab ich grad gedacht, ich hätte... Das verbraucht für die Workbench. Aber ich hab ja extra die Workbench geholt. Irgendwie manchmal denkt sich mein Gehirn so... Nee. Heute nicht. Heute einfach nicht. Nein. Ich mach heute gar nichts mehr. Naja. Vielleicht kommen wir sogar gleich auf Diamanten-Ebene. Oh, wir sind auch ganz schön tief. Ich dachte, wir brauchen noch ewig, bis wir so weiter runterkommen. Ähm. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht gleich stripminen am Anfang. Das wär nämlich extrem langweilig. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir mal rausgehen. Und... Vielleicht mal ein bisschen rumwandern. Aber ich will mindestens auf Diamanten-Ebene schon mal kommen. So. Ich geh noch eins runter. Das ist so... Die Diamanten-Ebene, wo ich immer stripminen. Und dann... Grabe ich jetzt noch überall rum. Es wäre geil, wenn wir jetzt noch Diamanten finden würden. Aber... Wie es aussieht, nicht. Und dann mit Redstone. Redstone ist... Wie ich schon in Minecraft Free gesagt hab, hab ich immer so... Ziemlich gute Erfahrungen gemacht, dass bei Redstone... Immer... Erzte sind. Ich mein ja, gleiches Gold, aber... Ich war bei mir... In meinen Single-Play-Wert immer... Ding. Äh... Diamanten in der Nähe bei Redstone. So. Ich nehme noch das Eisenmeet. So. Und so. Und so. Und so. Gut. Dann laufen wir damit schnell hoch. Dann kann ich hier das wieder ausschalten. Die Koordinaten. Ich hab ja die Koordinaten von... Ja, hab ich aufgeschrieben. Letzte Folge von unserer Höhle. So. Äh. Ich stelle mich wieder mal in die Nische. So, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat... Lasst ein Däubchen nach oben da. Wenn es euch... Gefallen hat, lasst ein Däubchen nach oben da. Ja, das hab ich gerade gesagt. Äh. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Ansonsten. Lasst auf jeden Fall gerne einen Kommentar da. Ich würde mich darüber freuen. Tschüssi. Tschüssi.